Hallo, mein Name ist Max und ich werde euch heute das digitale Multimeter U1273A von Agilent Technologies vorstellen. So kam es zu mir in diesem grau-orangen Cutter und wir werden die jetzt erst einmal öffnen. Dieser Cutter ist relativ gut gefüllt, ich werde jetzt erst einmal das Zeug da raus holen. In diesem Cutter befindet sich allerhand ein Bildehandbuch, dann ein Calibration, Zertifikat, sonstiger Zettel. Dann haben wir hier noch, sehr schön, ein Satz Sicherheitsmessstreffer in rot und schwarz, wie man das gehört hat. Zusätzlich befindet sich noch ein Temperatursensor in der Packung. Natürlich auch das eigentliche Multimeter in einer Plastentülle. Wir nehmen das mal raus und schauen, ob das funktioniert. Schalten wir es mal an und man sieht, es ertönt und es funktioniert. Unsere Zeit원이 an oxen-maschinen. Nun werden wir einen Blick auf die Update-Geschwindigkeit des Messwertes legen. In der Mitte sehen wir das U1273A von Agilent. Links davon das MetraHitEnergy von Metrawatt, rechts das MetraHitExtra ebenfalls von Metrawatt. Wir werden nun die angelegte Gleichspannung verändern und sehen wie sich der Messwert verändert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017